B.I.P.E.S in the back, in the back Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scareers of meinem Kanal Ich trinke erstmal einen Schluck So, wir spielen heute auf der Map Pines mit dem Mann, Täterkid Und, ja, haben sie vor eine Enderperle, können uns theoretisch in die Mitte werfen Was allerdings momentan bei Pines so ein bisschen backt Bin ja eigentlich relativ schade, irgendwie wird das gerade, ich weiß nicht, ob man das fixen kann Weiß ich wirklich nicht Ich meine, die EP muss halt dann perfekt sitzen, aber ich behalte sie lieber zum Saven Style ist ja jetzt eh gerade einer in der Mitte Hat da also kaum wirklich Sinn, da hinzugehen Erstmal einen Kuchen nur für Party, ne? Dafür steht er Kann ich mir auch schnell einen Helm machen Ciao, Bro Und We go to this Auch ciao So Haben wir beide down Den Geist vor allem, das ist sehr wichtig gewesen Und da er Geist war Müsste der theoretisch hier noch in den Kisten ein bisschen Rüstung sein Außer er hat sie natürlich mitgenommen Aber da ist sogar ein Heepot drin Die brauchte ich natürlich erstmal Und dieser Typ hier, den gibt's auch zu gut So Wäre das auch gegessen Krieg noch schön sein Stuff hier, so Zack Kann den da oben runter eiern Ciao, Bro Und damit haben wir noch die Runde gewonnen Aber das tat weh Ja, ich würde sagen, das war eine schicke Runde Wir haben die schön gefickt alle Und ja Wenn ihr mehr Skypots sehen wollt, schreibt es in die Kommentare Anders würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und schön wieder Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.